Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute bei einem neuen Podcast hier auf dem digitalen Unternehmertum. Und zwar geht es heute wieder mal um GoodNotes. Und zwar bin ich nicht alleine, sondern habe mir heute mit Gabriel Jordan direkt einen Mitarbeiter von GoodNotes in die Sendung eingeladen. Und wir wollen natürlich über GoodNotes 5 sprechen, über die Entwicklung des Unternehmens insgesamt, was an Reaktion alles aufgekommen ist. Ich hatte bei uns in der Community ja auch das ein oder andere Posting rausgehauen, wo ihr Fragen stellen konntet, wo ihr vielleicht auch Wünsche äußern konntet zu Features, die ihr vielleicht auch für die Zukunft seht. Da wollen wir heute drüber sprechen. Gabriel, schön, dass du bei uns zu Gast in der Sendung bist. Bevor wir so richtig loslegen, stell dich doch kurz vor, wer bist du und was machst du genau bei GoodNotes? Ja, gerne. Erstmal danke für die Einladung auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Also, wie schon gesagt, mein Name ist Gabriel und offensichtlich komme ich auch aus Deutschland. Der Rest der Firma sitzt allerdings nicht in Deutschland. Ich bin der Einzige, der von hier aus arbeitet, sondern wir sind mittlerweile ein ganz bunt gemischtes Team mit einem Office in Hongkong, weil der Gründer von dort stammt. Und ich bin jetzt seit knapp über drei Jahren bei GoodNotes dabei und mache momentan eigentlich sehr, sehr viel Produktmanagement. Entwickle aber auch mit an der Strategie und führe so ein bisschen das Unternehmen auch mit. Habe aber angefangen, auch viele Marketing und so weiter. Das heißt, da sind auch noch meine Bereiche eigentlich aktuell noch. Aber es geht immer mehr ins Produktmanagement, dadurch, dass wir jetzt auch als Firma wachsen. Jetzt lass uns doch mal vielleicht, wo du das Stichwort schon genannt hast, bevor wir auf die aktuelle Version von GoodNotes kommen, mal so ein bisschen teilhaben, vielleicht mal so hinter die Kulissen blicken. Wie ist das Unternehmen aufgebaut? Beziehungsweise vielleicht kannst du es mal den Zuhörern, die es nicht kennen, auch mal erzählen. Wie ist, wann seid ihr gestartet und wie hat sich das Unternehmen bis heute entwickelt? Ja, das ist tatsächlich eigentlich eine ganz spannende Geschichte, die ich auch ganz gerne erzähle, weil das wirklich eine Sache ist. Ja, aber das ist im Prinzip tatsächlich eine schöne Unternehmensgeschichte einfach. Also die erste Version von GoodNotes, die damals noch anders hieß, ist glaube ich 2011, wurde die von unserem Gründer entwickelt, der das Unternehmen dann auch wirklich sehr, sehr lange eigentlich alleine groß gemacht hat. Beziehungsweise man kann gar nicht so genau Unternehmen sagen, sondern muss dann eher von der App sprechen. Weil es gab ja damals die erste Version von GoodNotes, dann gab es GoodNotes 2, GoodNotes 3 und dann GoodNotes 4 und jetzt eben auch seit ein paar Monaten GoodNotes 5. Und unser Gründer Steven hat damals Mathe studiert an einer australischen Universität und hatte immer so ein bisschen das Problem, dass er vor jedem Test dann seine Notizen und Unterlagen irgendwie nicht gefunden hat. Das heißt, er hat die immer verlegt, verloren oder die waren einfach nicht mehr zu gebrauchen und hat irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis gehabt, da muss es doch eine bessere Lösung für geben. Und er wollte einfach dann eine Lösung haben, mit der er digitale Notizen anfertigen kann, aber trotzdem diese Flexibilität von Handschrift, also von diesem Stift-auf-Papier-Gefühl einfach weiterhin hat. Gerade weil er ja Mathe studiert hat, ist es eben sehr, sehr wichtig, weil Mathe-Notizen kann man ansonsten gerade so formeln, kann man eben nur machen, wenn man eben diese Programmiersprache Latex beherrscht, die ja nicht ganz einfach ist. Und dann decodet man dann wirklich und hat nicht diese Freiheit, die man normalerweise hat, einfach mal so einen Bruchstrich zu ziehen. Ist ja gar nicht so einfach in einem Word-Dokument, sage ich mal so. Und dann kam, 2010 müsste es gewesen sein, hat Steve Jobs damals das erste iPad vorgestellt. Und Steven hat dann damals, also Steven ist unser Gründer, hat damals schon gesehen, es gibt ja diese Stifte, früher noch mit diesen Gumminoppen oben am Ende und hat irgendwie sich gedacht, naja, da muss es doch möglich sein, dass man damit auch schreibt auf einem iPad und hat dann irgendwie sich direkt das erste iPad gekauft, jede Menge Apps installiert, die es damals schon gab, war aber mit nichts so ganz zufrieden und hat dann kurzerhand beschlossen, naja, mache ich eben mein eigenes Ding. Und daraus ist GoodNotes entstanden. Und die Sache, die GoodNotes meiner Meinung nach und was viele auch so unterschreiben würden von vielen anderen Apps unterscheidet, ist tatsächlich die digitale Tinte, dass es einfach wirklich funktioniert wie auf Papier. Und die hat Steven eben damals schon entwickelt und auch dann über lange Jahre weiter verbessert. Und das ist eben ein Relikt tatsächlich aus den Anfängen. Und dann nach einer Weile hat er irgendwann angefangen, dann das Ganze ein bisschen professioneller aufzuziehen und hat dann halt eben auch die ersten Leute eingestellt, beziehungsweise das ist auch mehr oder weniger zufällig so ein bisschen passiert, dass ich dann dieses Unternehmen, ja wie soll ich sagen, ja, dass ich da Mitglied geworden bin oder halt Teil dieses Unternehmens geworden bin. Und jetzt seit eben auch Apple halt ganz, ganz stark auf diese Technologie setzt, also Apple Pencil zum Beispiel, das bringt uns natürlich auch nochmal viel weiter. Und seitdem sind wir auch echt nochmal ein bisschen gewachsen. Das glaube ich also gerade doch. Also ich erinnere mich, ich habe auch viel mit dem iPad auch der ersten Generation oder der früheren Generation auch gearbeitet. Und die, ich sage mal, die Stifte, die waren aus meiner Sicht eine Katastrophe. Also selbst wenn man die Hand auflegte, wurden Striche gezogen. Also der richtige Boost, der kam doch bestimmt erst, auch wie damals mit dem iPad, dann wirklich mit der Apple Pencil Generation, oder? Also der Boost, sodass es wirklich irgendwie in der breiten Masse angekommen ist, tatsächlich erst mit dem Apple Pencil, ja. Aber es gab auch schon wirklich genug und da gehöre ich eben auch dazu und du ja auch, die tatsächlich auch wirklich versucht haben, mit diesen ganz, ganz seltsamen und nicht fortschrittlichen Stiften da wirklich zu schreiben. Bei mir war es damals halt auch, weil ich in der Uni einfach zu viel Papier hatte und keinen Bock mehr darauf hatte. Und deswegen habe ich echt dieses Opfer gebracht und habe mir diesen Gumminoppenstift gekauft und habe damit mitgeschrieben. Ja, absolut. Lass uns mal vielleicht, wie viele Mitarbeiter seid ihr insgesamt? Also vielleicht kannst du da so ein bisschen was sagen, wie ihr aufgeteilt seid, wie viele Mitarbeiter ihr seid. Ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber wir sind relativ entwicklerlastig tatsächlich auch. Das ist eine Menge Developer. Dazu gehören auch ein paar Researcher, die so Algorithmen beziehungsweise Machine Learning Recherche betreiben. Wir haben Leute im Customer Support. Wir haben eben mich als Produktmanager und auch Marketingmensch. Und wir haben auch Designer. Also das heißt einfach eine relativ bunte Mischung da im Grunde. Was muss ich mir vorstellen? Hausnummer 50, mehr als 50, 100? Wie viele sind das insgesamt? 10 bis 20 sagt man ja immer. Okay. Ja, okay. Okay. Lass uns mal zu GoodNotes 5 kommen. Ich glaube, das interessiert die meisten Zuhörer. Vor einigen Wochen war es ja dann soweit. Wir haben lange darauf warten müssen, zumindestens gefühlt als GoodNotes. Vier Nutzer, lange Jahre. Ich selbst nutze ja GoodNotes auch in meinem Unternehmen. Lebe das papierlose Büro und da gehört das eigentlich dazu, auch ein iPad mit dem Pencil und eine Notizen-App zu nutzen. Und ich nutze GoodNotes auch schon seit vielen, vielen Jahren. und war natürlich auch gespannt auf die neue GoodNotes 5-Version. Was war so aus eurer Sicht die Zielsetzung? Also was musste GoodNotes 5 oder wie musste GoodNotes 5 anders werden als die Vorgängerversion? Gute Frage. Also zunächst mal war es so, dass wir halt eben das Gefühl hatten, dass GoodNotes 4 einfach nicht mehr zeitgemäß war. Und das liegt eben auch zum großen Teil daran, dass GoodNotes 4 tatsächlich von einem Entwickler komplett geschrieben wurde und auch designt wurde. Das heißt, das sieht man ja auch so, das ist alles sehr, sehr einfach und nicht irgendwie schön gemacht und auch nichts Großartiges jetzt auf die sogenannte User Experience gesetzt. Und das heißt, das war eins der Dinge, die wir machen wollten, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen nochmal diese komplette GoodNotes Experience nochmal komplett von vorne beginnen und uns überlegen, wie sollten die Sachen eigentlich aussehen? Das heißt zum Beispiel ein Resultat davon ist beispielsweise diese Context oder Contextual Area, wie wir es in Englisch nennen, dass man eben ganz schnell eine neue Farbe wählen kann, wenn man einen Stift angewählt hat oder sowas. einfach die Schritte, die man braucht, um alltägliche Aufgaben zu erledigen, wie zum Beispiel eine Farbe zu ändern oder die Größe zu ändern, dass das einfach viel schneller und auch einfacher zu machen ist. Und das zieht sich im Prinzip auch durch die ganze App. Also viele, viele Dinge sind eben nicht mehr so kompliziert wie in GoodNotes 4. Sagen wir mal beispielsweise auch ein neues Notizbuch zu importieren. Das ist zum Beispiel eins meiner Lieblingsfeatures, sage ich mal jetzt von GoodNotes 5. Das war ja früher nur möglich, dass man das entweder als neues Notizbuch anlegt, wenn man gerade nicht in einem alten Notizbuch drin ist, oder es in dem aktuellen Notizbuch vor oder hinter der aktuellen Seite hinzufügt. Und in GoodNotes 5 hat man jetzt eben viel mehr Wahlmöglichkeiten, was irgendwie auch näher daran ist, was die Leute ja eigentlich machen wollen. Nämlich beispielsweise, wenn man gerade ein Notizbuch offen hat und ein neues dann von, sagen wir mal Safari oder sowas, ein PDF da hinschickt, dann hat man die Möglichkeit, entweder hinter der aktuellen oder der, also hinter oder vor der aktuellen Seite das neue Dokument einzufügen. Oder man kann dann auch in seine Ordnerstruktur reingehen und kann es dann sogar an ein anderes Notizbuch in seiner Bibliothek anhängen. Und so sind die Dinge einfach viel flexibler, aber auch deutlich einfacher. Plus, wir haben viele, sagen wir mal, vorher nicht ganz so einfach zu verstehende Dinge, wenn man sich nicht intensiv mit der App beschäftigt hat, haben wir auch ein bisschen verbessert, einfach vom Design her. Was sind so noch so gravierende? Also für mich ist so das Erste, was mir direkt ins Auge fiel, ist das neue, ich sage mal, Dateien-System, die Verwaltung. Was sind so aus deiner Sicht weiter so Kern-Features, die auch einen großen Unterschied neben dem, was du jetzt schon gesagt hast, auch nochmal zu GoodNotes 4 ausmachen? Genau. Also das war, was ich jetzt gesagt habe, war ja natürlich sehr auf der Design-Ebene und einfach auf der Benutzerfreundlichkeit, wie man da so schön sagt. Ja, ja. Features haben wir natürlich auch nachgereicht und das, was du jetzt eben schon gesagt hast, diese Ordnerstruktur, die einfach viel flexibler ist als dieses Kategorien-System, was wir vorher hatten, sodass jetzt jeder wirklich einfach die Ordnerstruktur anlegen kann, die ihm gefällt. Also, dass man zahlreiche Unterordner anlegen kann. Eine andere Sache, die natürlich auch vielen Leuten direkt ins Auge springen wird und was auch einer der sehr großen Vorteile von digitalen Notizen ist, ist eben die Suche. Die ja in GoodNotes 4 war die ja limitiert auf ein Notizbuch. Das heißt, man musste immer auch relativ kompliziert über dieses Drei-Punkte-Menü oben gehen und dann auf Suche, um dort den Begriff einzugeben, den man finden möchte. Und jetzt hat man es eben ganz, ganz einfach verfügbar und mit einem Klick erreichbar in der Bibliotheksübersicht, die sogenannte globale Suche. Das durchsucht jetzt eben nicht nur ein Notizbuch nach, nach Texten, sondern eben die gesamte Bibliothek und hat es dann untergliedert in die verschiedenen Suchergebnisse. Also, man kann in GoodNotes 5 nach Handschrift suchen, man kann nach PDF-Texten suchen, nach getippten Texten, man kann aber auch nach Ordner und Dokumententiteln suchen, sodass man wirklich seine ganze Bibliothek einfach durchsuchen kann und eben diese globale Suche zum Beispiel auch als eine Art Shortcut nutzen kann, um mal schnell ein Notizbuch zu öffnen, wo man jetzt nicht genau sicher ist, in welchem Ordner man das gespeichert hat. Dann zum anderen, das war ja auch ein nachgefragtes Feature, was wir sehr, sehr lange oder wo sehr viele Leute schon nachgefragt haben, war eben diese flexible Scrolling-Richtung. GoodNotes 4 war ja immer limitiert zu horizontalem Scrollen, also für links und rechts. Und GoodNotes 5 bringt eben jetzt auch das vertikale Scrollen. Was ich ein wirklich super Feature finde, du hast es gesagt, die Suche. Das glaube ich, das haben gefühlt, wurde da ganz laut nach geschrien. Ich habe mir immer so einen Übergang geschaffen. Ich habe das immer in Evernote integriert, weil in Evernote eine Volltextsuche ist, um das übergreifend auch in den Notizen suchen zu können. Dieses Feature ist natürlich jetzt mit GoodNotes 5 gekommen. Was super ist, auch gerade, ich glaube, ihr habt ja, und das ist vielleicht so eine Frage, die auch viele interessiert, ihr habt euch ja in Anführungszeichen relativ lange Zeit gelassen für das neue Release. Du hast es gesagt, es ist vielleicht alles ein bisschen professioneller geworden. Ihr habt euch auch natürlich viel, viele Gedanken gemacht, wie man das Ganze von der Usability besser machen kann. Was waren so die größten Gedanken oder die größten Baustellen, muss man ja sagen, warum das Ganze so lange gedauert hat? Wolltet ihr ein komplett fertiges Produkt oder habt ihr gesagt, wir haben so gewisse Key Feature, Core Features, die wir haben wollen, erst dann können wir starten? Hat es einfach länger gedauert, als ihr gedacht habt, auch mit der gesamten Umstrukturierung? Was waren so die Gründe, warum es relativ lange gedauert hat? Das ist auch natürlich eine faire Frage. Das liegt ganz einfach daran, dass GoodNotes 5 eigentlich nicht mehr viel mit GoodNotes 4 zu tun hat, wenn man sich den Code mal anguckt. Das heißt, die App ist wirklich komplett neu geschrieben. Das ist wirklich eine komplett neue App im Endeffekt. Und warum wir das gemacht haben, ist, dass GoodNotes 4, wie gesagt, eben von einem einzelnen Entwickler, damals sogar noch als Student, angefangen wurde zu coden. Und in Entwicklerkreisen sagt man, benutzt man diesen Begriff Spaghetti Code. Das heißt, in dem Code sind einfach ganz, ganz viele, sagen wir mal, verwirrte Knoten und so weiter, was es alles ein bisschen schwierig macht, was nicht sehr ordentlich ist, was es anderen Leuten schwer macht, auch dort weiterzumachen, wo jemand anderes aufgehört hat. Und was eben auch langfristig die Stabilität und auch Zukunftsträchtigkeit von dem Code sehr, sehr schwierig macht. Das heißt, GoodNotes 5 ist von uns auch deswegen gemacht worden, um die App komplett neu zu schreiben und damit die Grundlage auch für die Zukunft zu schaffen. Das beantwortet auch gleich deine andere Frage. Nein, GoodNotes 5 ist nicht fertig. Wir sehen das eigentlich nie als fertiges Produkt an, sondern es wird laufend weiter verbessert. Irgendwann wird es dann schon mal, der Entwicklungszyklus wahrscheinlich auch ein bisschen langsamer werden, aber wir haben sehr, sehr viel vor noch mit der App und werden da auch wirklich laufend Updates und auch neue Features nachreichen. Und ja, weil eben die App komplett neu geschrieben wurde, mal kurz zum Vergleich, GoodNotes 4, wie gesagt, oder GoodNotes 4 wurde, glaube ich, 2013 auf den Markt gebracht, mittlerweile haben wir 2019. Das heißt, die App wurde im Prinzip auch über sechs Jahre weiterentwickelt. Und da sind im Prinzip zwei, zweieinhalb Jahre, die wir jetzt an GoodNotes 5 gesessen haben, eigentlich gar nicht mal so viel für eine App von dem Ausmaß. Jetzt habt ihr euch, ich sage euch, wir haben es ja eben schon thematisiert, zum Start, alle waren sehr gespannt, ich selber auch. Und dann kam, das muss ich zugeben, am Anfang doch eine relativ schnelle Ernüchterung. Nicht, weil die Features mir nicht gefallen haben, sondern weil gefühlt sehr viele kleine Bugs bei GoodNotes 5 drin waren. Und vor allen Dingen Bugs, die jetzt gerade mich betreffen, weil ich da im Alltag, also in meinem geschäftlichen Alltag mit meinem Unternehmen einfach darauf angewiesen bin, wenn ich unterwegs bin, einfach mal eine PDF-Datei importieren zu können, die korrigieren zu können, Korrektur lesen zu können. Und da habt ihr aus meiner Sicht und auch vielleicht der andere aus der Community relativ viele kleine Bugs gehabt. Habt ihr das unterschätzt? Habt ihr vielleicht nicht genug getestet? Was waren die Gründe? Und es sind ja immer noch kleine Bugs drin. Ich habe mir letzte Woche, glaube ich war es, oder vor zwei Wochen sehr geärgert, muss ich zugeben, da habe ich mir eine Grafik hochgeladen. Ein Designer von uns hatte uns eine Landingpage fertiggestellt und ich wollte die noch korrigieren oder Korrekturen vornehmen und habe die dann wieder hochgeladen und dann waren die Korrekturen in der PDF-Datei zu sehen, aber die Grafik nicht. Ich weiß nicht, ob das ein bekannter Fehler ist, aber es sind so diese Kleinigkeiten, die im Alltag einfach sehr ärgerlich sind. Habt ihr das unterschätzt oder war das gar nicht so? Ist das nur ein subjektives Empfinden von mir, dass da relativ viele kleine Dateien sind, auch aus der Community kamen, dass man viele größere Dateien entweder gar nicht hochladen konnte. Das hat sehr, sehr lang gedauert. Wie ist das so aus eurer Sicht? Also zunächst mal muss ich mich da natürlich sowohl bei dir als auch bei den Leuten aus deiner Community entschuldigen, dass wir da einfach wirklich auch noch eine Menge Bugs haben, die wir jetzt aber auch in den letzten Wochen sehr, sehr intensiv bearbeitet haben. Ich werde jetzt nachher direkt das neueste Update 5.0.23 hochladen, was dann in den nächsten paar Stunden im App Store verfügbar sein wird. Und daran sieht man ja schon, wir haben jetzt wirklich innerhalb von wenigen Wochen haben wir 23 Updates zu dieser App veröffentlicht, die halt wirklich die grobsten Fehler und aber auch eine Menge kleine Fehler mittlerweile ausgemerzt haben, plus bereits schon erste fehlende Features von GoodNotes 4 zurückgebracht haben in dieser Lesezeichen-Funktion. Woran das aber auch liegt, ist eben, dass wir diese App komplett neu geschrieben haben. Das heißt, klar, wir haben es jetzt als Versionssprung vermarktet und das ist es für uns natürlich auch, aber man muss auch immer noch mal, man muss immer bedenken, dass es eigentlich eine vollständig neue App ist, die mit der anderen App gar nicht mehr so viel zu tun hat. Und wir haben intensiv getestet, auch mit Beta-Testern und ja, aber viele, viele Dinge fallen halt leider in so einem Beta-Test gar nicht auf, egal wie intensiv man testet und egal mit wie vielen Leuten man testet. Das ist leider einfach in der Softwareentwicklung normal und das Einzige, was wir machen können, ist, wir können so schnell wie möglich versuchen, eben alle diese Bugs zu finden und die dann auch zu beheben, was wir ja auch gerade aktuell machen. Zum Vergleich dazu, bei GoodNotes 4 war das damals nicht wirklich viel anders, als das, als die Version auf den Markt gekommen ist. Genauso wie bei anderen Apps, Konkurrenten, die dann eine komplett neue Version als separate App veröffentlicht haben, anstatt die alte abzudaten. Die haben genauso ihre Kinderkrankheiten, wie man ja in Deutsch immer sagt. Und ja, also das war zu erwarten. Wir wussten, dass es nicht schön wird, aber das ist leider ein notwendiges Übel. und wird sich langfristig aber auf jeden Fall lohnen, weil eben diese Struktur, diese Architektur intern einfach viel, viel besser ist, als GoodNotes 4 jemals hätte sein können. Zu dem Punkt auch noch beispielsweise sowas wie eine ordnerübergreifende Suche, die über eben unendlich viele Ebenen von Unterordnern geht, wäre in GoodNotes 4 gar nicht möglich gewesen mit der alten Architektur. Was man auch wieder an anderen Apps sieht, die eben so eine veraltete Architektur benutzen, die haben zum Beispiel nur zwei Ebenen der Organisation. Naja, absolut. Was ich mich mal gefragt habe, oder ich sehe es auch bei uns am YouTube-Kanal ist es noch viel eindeutiger, wer ist eigentlich eure Zielgruppe? Also wie segmentiert ihr die? Es ist ja letztendlich ein ganz breites Spektrum, stelle ich mir vor, vom, ich sage mal, Studenten, vom Schüler bis hin zum Geschäftsmann oder auch Privatpersonen, die ihre Notizen digital erfassen wollen. Habt ihr, ich sage jetzt mal so Kernzielgruppen, die ihr entsprechend bespielt oder wie muss man sich das vorstellen? Also das ist auch eine Frage, mit der ich mich immer rumschlage, weil aus der Business-Perspektive sollte man natürlich immer gucken, wer ist meine Zielgruppe und wie bediene ich die? Und wir haben halt den Segen und den Fluch von GoodNotes, dass wir da im Prinzip eine Konkurrenz zu Papier aufmachen und zwar zu jeglichem Papierprodukt. Das geht von digitalen oder beziehungsweise das geht von Kalendern, also diese Papierkalender, die man irgendwie in einem Bücherladen kaufen kann, mit schönem Einwand und Magnet und so weiter, bis hin über Architekturpläne, bis hin zu einem Blatt Papier, was ich mir aus einem Mülleimer ziehe, um mal schnell irgendwie was runterzukritzeln wie eine Telefonnummer. Und unsere Zielgruppe ist im Grunde wirklich jeder, der mit einem Stift auf Papier schreiben will. Aber nicht nur das, sondern eben auch insbesondere Leute, die mit dieser alten Lösung Stift und Papier oder gerade mit diesem alten Medium Papier als solches nicht mehr ganz zufrieden sind, weil sie eben gerne mehr haben wollen, weil sie die Möglichkeiten der digitalen Technologie mit dieser Freiheit von Stift und Papier gerne verbinden wollen. Das ist jetzt sehr grob gesagt, um es mal ein bisschen noch zu revidieren, was ich gerade gesagt habe, ja, wir haben schon eine Kernzielgruppe, an die wir uns aber jetzt nicht featuremäßig so sehr ausrichten, sondern eher auch ein bisschen im Marketing das Ganze bespielen. und das sind schon auch Studenten, also Schülerstudenten, weil das einfach eine sehr, sehr große Nutzergruppe ist, die wir haben, die die App auch sehr intensiv nutzen. Also du und ich, wir nutzen die vielleicht, ja, sagen wir mal, irgendwie zwei Stunden am Tag oder so. Aber so ein Student, der nutzt halt diese App, also der nutzt GoodNotes wirklich von morgens bis abends für alles, was die machen. Und das heißt, das müssen wir natürlich schon berücksichtigen. Aber trotzdem, nach wie vor, unsere Zielgruppe ist im Grunde erstmal jeder, der Stift und Papier benutzen will, aber was Besseres haben möchte. Jetzt, ich habe ja gesagt, ich gehöre zu den Heavy-Usern, bei mir ist das iPad wirklich den ganzen Tag am Schreibtisch oder neben dem Schreibtisch, ob ich Meetings habe, ob ich einen Telefoncall habe oder was auch immer. Ich nutze das iPad und GoodNotes natürlich entsprechend auch für Vorbereitung von Meetings, wenn wir Joe Fix das haben. Für mich war die Desktop-Version, ich sage es mal ganz vorsichtig, sehr verstaubt von GoodNotes 4, aber sie war dennoch hilfreich, weil ich mal in unserem System oder in unseren Dashboards mir schnell einen Screenshot machen konnte, habe das im Grunde genommen in die Desktop-Version hochgeladen, die Screenshots, habe das ja durch die, ich hätte mal durch die Synchronisationsmöglichkeit direkt dann auch auf dem iPad gehabt, also bevor ich das umständlich am iPad erstmal mache mit verschiedenen Zwischenschritten, habe ich das mal eben ganz schnell per Copy-Paste, hätte ich bald gesagt, oder Bildschirmdruck in die GoodNotes Desktop-Version bekommen und dann einfach die Synchronisation dann auf dem iPad gehabt. Die fehlt mir natürlich seit Wochen. Ich weiß, sie hat noch schon mal Kontakt, sie ist in der Mache, aber vielleicht kannst du da mal so einen aktuellen Status rausgeben, weil ich glaube, den einen oder anderen interessiert es auch. Dass sie kommt, glaube ich, ist klar. Die Frage ist, gibt es schon ein ungefähres Zeitfenster? Also Zeit, ich möchte mich jetzt nicht festlegen und ich möchte dafür auch meine Hand nicht ins Feuer legen, weil bei so einem Entwicklungsprozess natürlich immer noch irgendwie was schief gehen kann, was man nicht voraussieht. Trotzdem wollen wir sie natürlich so bald wie möglich rausbringen und wir testen die Version auch gerade schon, also die ist in einer semi-öffentlichen Beta, das heißt, man kann sich eintragen und wird dann einfach nach einer Weile eingeladen. Wir sind jetzt gerade, haben glaube ich, knapp 7000 Leute schon eingeladen, die die App auch schon benutzen und die meisten sind schon auch sehr zufrieden. Zeitfenster, wir wollen die Version eigentlich gerne ja etwa im April oder Mitte, Ende April veröffentlichen. Aber wie gesagt, ich möchte mich da jetzt noch nicht, möchte da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen denn plaudern? Wie wird sie sich unterscheiden von der Vorgängerversion? Also erstmal natürlich wird auch, ja, du hast die Vorgängerversion ja schon genutzt. Schön war die ja nicht, muss man mal ehrlich sagen. Also war... Das hast du gesagt. Ja, das sage ich jetzt einfach mal so. Das war keine, keine besonders tolle App, die war einfach ein bisschen verstaubt, war kompliziert, hat zwar im Grunde das getan, was sie tun sollte, aber war im Grunde eigentlich ja mehr oder weniger nur eine Kopie von der iPad-App dann auf dem Mac. Und die neue App, die haben wir so ein bisschen, da haben wir uns halt wirklich mal hingesetzt und so gehen wir eigentlich auch an die Dinge ran, dass wir uns überlegt haben, was wollen die Leute damit eigentlich machen. Und erstmal ist klar, jemand, der an einem Mac arbeitet, der geht nicht davon aus, dass er da irgendwie jetzt super viele handschriftliche Notizen machen kann. Ja, also der schreibt nicht, wie auf einem iPad mit einem Apple Pencil mit. Das macht einfach keiner. Geht nicht. Man hat zwar diese, wie heißen sie denn, diese Wacom-Tablets, wo man im Prinzip seine Maus als Stift verwendet oder halt einen Stift mit der Maus koppelt. Das geht dann schon, aber es ist auch nicht das ideale Gefühl. Wie du jetzt schon gesagt hast, eines der großen Dinge, die man eigentlich macht, ist im Prinzip so ein bisschen die Dokumentenorganisation auf dem Mac, weil das da einfach sehr schön geht. Du hast diesen Desktop, du kannst sehr viel mit der Maus machen, mit Drag & Drop, du kannst sehr viel mit dem Keyboard arbeiten, du hast einen größeren Bildschirm in der Regel oder hast auch die Möglichkeit, den sehr schön einfach an einen externen Bildschirm oder sowas. Wenn man ein iMac hat, sogar einen 27-Zoll-Bildschirm anzuschließen. Und diese Hardware-Voraussetzungen sind einfach ein bisschen dem zugrunde gelegt, wie wir diese neue App gestaltet haben. Das heißt, wir wollen eine App machen, die es den Leuten sehr einfach macht, ihre Dokumente zu verwalten, auf die Informationen, die sie auf dem iPad gemacht haben, zuzugreifen, wenn sie dann die am Mac brauchen und ein Teil davon wird beispielsweise auch eben diese globale Suche sein. Das heißt, auch auf der Mac-Version kann man dann komplett über seine gesamte Bibliothek drüber hinweg suchen. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen, sagen wir mal, du machst in einem Meeting, machst du Notizen auf deinem iPad und setzt dich dann später irgendwie in dein Büro, setzt du dich an deinen Schreibtisch und willst dann das Meeting zusammenfassen oder eben die Informationen, die du dir gerade auf dem iPad gemacht hast, am Mac in irgendeiner Form weiterverarbeiten. Und genau dafür wird dann eben die Mac-Version wird dafür genau da sein. Das heißt, dass ich relativ einfach an meine Sachen rankomme und dass es mir GoodNotes auch so ein bisschen einfacher macht, die weiterzuverarbeiten. Also das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ja, jetzt habt ihr ja, vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen, also GoodNotes 4, oder anders gesagt, wer GoodNotes 4 Nutzer war, konnte ja, ich sag mal, kostenlos per Bundle updaten auf GoodNotes 5. Wie sieht das aus mit der Desktop-Variante? Gibt es da schon irgendeine Information? Wird das ebenfalls kostenlos für die Nutzer zur Verfügung stehen oder wie sieht es da insgesamt aus? Wir wollen höchstwahrscheinlich einen ähnlichen Weg gehen, wie wir für die iOS-Version gemacht haben. Okay. Lass mal vielleicht so ein paar Fragen aus der Community kommen, die glaube ich, viele entsprechend ja auch gereizt haben, dir zu stellen, diese Fragen und auch da habe ich gemerkt, über verschiedene Kanäle mit sehr unterschiedlichen Anforderungen, angefangen vom Student, vom Schüler, der bis hin auch zu den ganzen Themen, wie ich jetzt gesagt, dass einer eine CAD-Zeichnung hochlädt, entsprechende Korrekturen macht, war da alles dabei. Ich habe mal so ein paar einfach mal selektiert und auch zusammengefasst. Eine häufige Frage, was mich gewundert hat, weil war für mich so gar nicht im Fokus, ist so das Thema des Laserpointers, der in GoodNotes 4 verfügbar war, in GoodNotes 5 aber noch nicht oder auch das Thema Lesezeichen. Du hast es, glaube ich, eben kurz angedeutet, dass es in dem neuen Release kommt. Wie sieht es mit diesen beiden Funktionen aus und vielleicht kannst du direkt sagen, was das neue Release vielleicht so an Core-Features oder auch Bugfixes so wesentliche Dinge hat, dann haben wir das vielleicht so in einem. Du meinst jetzt die Version, die ich nachher hochlade? Ja, genau. Also da wird jetzt von den beiden, beziehungsweise, also fangen wir anders an. Diese Lesezeichenfunktion, die ist jetzt seit ein paar Wochen eigentlich schon verfügbar. Heißt jetzt nicht mehr Lesezeichen, weil wir uns eben angeguckt haben, wie nutzen die Leute das nämlich eigentlich und die Leute nutzen es nicht wirklich, um ein Lesezeichen, sagen wir mal, in ein Buch reinzustecken. Die Leute nutzen das eben, um ihren Dokumenten und Notizbüchern eine eigene Struktur aufzubauen und genau deswegen haben wir das in das Gliederungsfeature mit eingebaut und das Ganze heißt jetzt auf Englisch Custom Outlines. Ich muss mich jetzt entschuldigen, dass ich die deutschen Begriffe gar nicht genau kenne. Ich glaube, das müsste dann irgendwie sowas wie personalisierte Gliederung oder sowas sein. Das heißt, im Prinzip kann man jetzt einzelne Seiten zur Gliederung herzufügen und so eine Struktur in seinem Dokument aufbauen, was gerade in großen Dokumenten ja sehr, sehr angenehm ist. Laserpointer, das ist der Präsentationsmodus, über den die Leute da sprechen und dazu möchte ich auch sagen, wir haben die Features nicht weggenommen, wir haben sie einfach nur noch nicht eingebaut, weil die natürlich auch neu gecodet werden müssen. Kommt alles. Auch zum Thema automatisches Backup, was wahrscheinlich auch noch eine relativ häufig gestellte Frage ist. Ja, genau. Das heißt, es kommt auch, das wird es auch wieder geben, fand ich auch ein ganz wichtiges Feature jetzt, gerade auch wenn es jetzt da um ganz wichtige Daten geht, da mal so ein Auto-Backup zu machen. Super, dass es kommt. Ein ganz wichtiges Thema, ich habe es eben auch schon mal kurz angedeutet, war das Thema Datenimport. Wie sieht es denn da aus? Gab es da schon Verbesserungen? Also gefühlt würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, weil ich hatte oftmals das Problem, dass ich gewisse Daten ganz zu Anfang aus der Dropbox gar nicht laden konnte oder hochladen konnte. Das funktioniert mittlerweile, wie ich finde, einwandfrei. Aber was, glaube ich, viele aus der Community auch so ein bisschen moniert hatten, war so das Laden größerer Dateien. Kannst du da irgendwas zu sagen? Ist das ein bekannter Fehler oder bug? Ist da schon was gemacht worden? Oder wie sieht es da aus? Da weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht ganz genau, worauf die Frage abzielt. Also es ging da, waren beispielsweise, dass eine PDF-Datei, die als CAD, also eine CAD-Datei als PDF umgewandelt, recht groß vom Datenvolumen ist. Ich weiß nicht, wie viele Megabyte es waren. Und dass der Import wohl unheimlich lange gedauert hat, bis es bei GoodNotes drin war. Und das war wohl mit GoodNotes 4 wesentlich schneller. Ah ja. Okay. Es könnte sein, ich weiß gar nicht genau, ob es wirklich um den Import ging als solches. Ich glaube, es geht eher um das sogenannte Rendering. Das kann auch sein. Bis dann die Datei scharf dargestellt wird. Ja. Ja, das ist tatsächlich ein bekannter Fehler. Und auch wieder, ich möchte die Hand nicht ins Feuer legen dafür, aber der sollte in den nächsten zwei Wochen behoben sein. Ist natürlich, weil wir auch wissen, dass gerade auch Architekten beziehungsweise Bauingenieure etc. sehr, sehr abhängig von GoodNotes mittlerweile sind, ist das eine Sache, die wir natürlich gerne so schnell wie möglich beheben wollen. Ich kann es jetzt an der Stelle nur sagen, GoodNotes 4 ist ja weiterhin verfügbar. Das heißt, jeder, der wirklich da sich oder der das einfach in seinem täglichen Leben braucht, kann einfach jederzeit in GoodNotes 4 so lange weiterarbeiten, bis die notwendigen Reparaturen in GoodNotes 5 einfach nachgereicht sind. Jetzt ein ganz häufiger Frage auch, war das Thema Cloud-Systeme, das Andocken an Dropbox funktioniert ja. Wie sieht das mit anderen Systemen aus? Ist das angedacht oder wie ist da der Stand? Sprichst du jetzt über WebDAV und so weiter? Genau. Also haben wir aktuell keine konkreten Pläne, es sind Überlegungen und wir wissen auch, also gerade ich weiß natürlich für die Wichtigkeit für den deutschen beziehungsweise auch sagen wir mal europäischen Markt, was Datensicherheit angeht, eben auch solche Cloud Lösungen zu haben, kann ich aber aktuell nichts zu sagen. Ich kann aber sagen, warum das sich einfach etwas zieht. Das liegt daran, dass Hersteller wie eben Google, Dropbox, OneDrive etc., die machen das einem sehr, sehr viel einfacher, diese Cloud-Lösungen anzubinden. So eine Sache wie WebDAV, die muss komplett ja auch wieder relativ von Grund auf entwickelt werden und nimmt einfach sehr, sehr viel Zeit in Anspruch und da wir eben ein kleines Team sind, müssen wir natürlich auch priorisieren, was wir als erstes machen und dann sind beispielsweise solche Dinge wie eben den Präsentationsmodus zurückzubringen, sind dann für uns doch von höherer Priorität, zumal das für uns auch ein bisschen schneller von der Hand geht, weil wir da einfach schon Erfahrungen haben. Also so viel dazu. Eine Frage kam auf, wo ich mich auch wieder gespiegelt habe und zwar ist das Thema, ihr habt es ja verändert vom Datenimport, die Möglichkeit, Bilder hochzuladen. Da habe ich ja eigentlich an verschiedenen Stellen die Möglichkeit, in GoodNotes 5 Bilder quasi in mein Notizbuch zu bekommen. Einmal, wenn ich oben rechts auf das Pluszeichen drücke, kann ich ja entweder Bilder importieren oder PDF-Dateien importieren oder ich kann in der Werkzeugleiste entsprechend das Symbol anklicken, auf Fotos hinzuklicken. Was mich wundert und wo ich mich immer wieder daran ertappe, tagtäglich, ich weiß, dass ich es immer wieder regelmäßig falsch mache, für mich ist eigentlich so der typische Weg, auf das Pluszeichen zu klicken, wenn ich eine PDF-Datei habe und habe auch die Bilder. Wenn ich aber auf das Pluszeichen klicke, kann ich nur auf dem iPad auf die Bilder auf meinem iPad zurückgreifen. Das heißt, ich kann nicht aus der Dropbox auf oder irgendwo, wo ich sie anders gelagert habe, Bilder hinzufügen, sondern das muss ich in der Werkzeugleiste unter dem Bildsymbol machen. Da greife ich zwar auch auf meine Fotos, die auf dem iPad zurück sind, aber unten drunter gibt es noch einen Button, Insert, ich glaube, Picture und andere Fotos, keine Ahnung. Ist das gewollt oder warum macht man nicht in dem einen Bereich oben rechts auch diese Funktion rein, dass ich da noch über andere Wege auch ein Bild integrieren kann, weil ich gehe immer wieder oben rein, weil ich es so gewohnt bin, PDFs hochzuladen und weiß, dass da auch Bilder sind und schaffe dann eigentlich nur den Weg, dass ich dann die Foto-App quasi Bilder hochladen kann, aber nicht irgendwo, die zum Beispiel in der Dropbox gelagert sind. Also da handelt es sich tatsächlich leider um eine Limitation von der Dateien-App. Wir haben ja jetzt mittlerweile in GoodNotes einfach ein bisschen auf diese deutlich benutzerfreundliche Variante umgeschwenkt, eben über diese Dateien-App zu gehen, mit der man ja seine gesamten Cloud-Storages verknüpfen kann. Kurzer Schwenk zum Thema Datensicherheit. Das ist keine Verknüpfung, die jetzt irgendwie dann mit iCloud oder sowas synchronisiert, sondern wenn man Dropbox benutzt, dann sind die Dateien auch nach wie vor einfach nur in der Dropbox drin und nicht irgendwie mit iCloud synchronisiert, nur weil man die jetzt an diese Dateien-App vom iPad angebunden hat. Da sind wir auch momentan dran, eine bessere Lösung zu finden, dass man eben auch über diese Dateien-App Bilder importieren kann, ist aber etwas kompliziert, aber ich bin relativ zuversichtlich, dass wir das auch bald lösen können. Und ansonsten hat man auch nach wie vor die Möglichkeit, dann quasi aus der Dateien-App einfach per Drag & Drop diese Fotos, die man, oder Bilder, die man eben in GoodNotes importieren will, halt in der Dateien-App zu öffnen und dann einfach in GoodNotes rüberzuziehen. Sagen wir mal, man öffnet beide Dateien, beide Apps links und rechts im Splitscreen und kann dann einfach von rechts nach links die Dateien per Drag & Drop reinziehen. Das dürfte gehen, wenn ich da jetzt nichts falsch hinfülle. Ja, okay. Lass uns vielleicht mal so zum Schluss auch mal nochmal darüber sprechen, wie es mit GoodNotes 5 weitergeht. Vielleicht erstmal, was das aktuelle Update angeht. Gibt es da neue Features? Du hast gesagt, neben Bugfixing versucht ihr natürlich auch immer wieder neue Features, die vielleicht in GoodNotes 4 waren, in GoodNotes 5 zu integrieren. Was bringt das neue Update mit konkret? Kannst du da schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also das 0.0.23, das wird nichts Großes. Das sind ein paar kleinere Änderungen, ein paar Bugfixes und da ist jetzt noch nichts Besonderes angeplant. Und der Blick mal ein bisschen weiter in die Zukunft, was sind so die nächsten großen Themen für euch, die ihr vielleicht auch zurückgespiegelt bekommen habt, jetzt auch seit dem Release, wo ihr jetzt mit Hochdruck dran arbeitet? Also das nächste Mal ist natürlich die Priorität, dass wir eben GoodNotes 5 einfach bugfrei machen. Die nächste Priorität ist, dass wir eben fehlende Features nachreichen möchten, eben wie zum Beispiel dieses automatische Backup, den Präsentationsmodus oder eben auch solche Kleinigkeiten wie diese Shortcuts, die man hat in dieser Zoom-Fensterleiste, dass man nicht mehr ganz nach oben greifen muss. Wobei auch da möchte ich zu sagen, dass wir viele Dinge, die in GoodNotes 4 bestanden haben, vielleicht nicht ganz eins zu eins so umsetzen werden in GoodNotes 5, sondern dass wir die Probleme, die die Leute damit gelöst haben, einfach anderweitig und eleganter lösen. Beispielsweise so ein, diese, also viele Leute haben sich beschwert, mir fehlt der Undo und Redo-Knopf, also zurückgehen und wieder rufen, in dieser Zoom-Fensterleiste. Und dann bin ich halt hergegangen und habe gefragt, ja warum fehlt der dir denn? Und die Antwort war eigentlich immer relativ eindeutig, naja, weil wenn ich da im Zoom-Fenster schreibe, muss ich, um rückgängig zu machen, immer meinen Finger ganz nach oben in die Werkzeugleiste bewegen, um da diesen Undo-Knopf zu betätigen. Das, also was wir in GoodNotes 4 hatten, ist eine Lösung für dieses Problem, aber vielleicht nicht unbedingt die eleganteste, ja, sondern was halt eben denkbar ist, sind auch solche Dinge wie bei Procreate diesen Double Tap, also dass man halt mit zwei Fingern doppelt auf auf den Bildschirm tippt und damit macht man was rückgängig. Das ist im Prinzip deutlich eleganter, als da eben so ein Button zu haben, weil man dann einfach überall hinklicken kann und auch nicht seinen Schreibflow unterbrechen muss in dem Moment. Weitere Features, die wir in Augenschein nehmen, erstmal wollen wir natürlich auch gerne alles verbessern, was wir jetzt schon haben, sowohl von der Benutzerfreundlichkeit wie eben durch solche Features wie so ein Double Tap, aber dann wollen wir auch gerne die Suche überarbeiten, dass man eventuell noch besser seine Sachen finden kann. Da hatte ich jetzt noch nichts Genaues zu sagen, aber das ist eine der Überlegungen. Dann wollen wir natürlich gerne die Wünsche unserer Kunden, die halt schon sehr, sehr viel geäußert haben, auch erfüllen, was natürlich auch absolut Sinn macht, wenn man nur mit seinem iPad arbeiten möchte, dass man beispielsweise zwei Dokumente gleichzeitig angucken kann, also links und rechts. Es gibt, momentan gibt es natürlich auch Überlegungen, weil da schon so die ersten Gerüchte aufkommen, dass mit iOS 13 sowieso diese Funktion integriert wird und im Juni ist die Konferenz ja und mal gucken, vielleicht müssen wir das dann selber gar nicht machen, sondern können uns dann auf andere Features konzentrieren. Eine Sache, ja, sorry, erzähl mal. Weitere Sachen, also was ich ja schon gesagt habe, einer der großen oder eines der großen Alleinstellungsmerkmale von GoodNotes, also andere Apps haben es auch, aber im Vergleich jetzt zu einem normalen Stück Papier ist ja sowas auch wie Texterkennung. Das heißt, so die Texterkennung oder Umwandlung wird auch, wollen wir auch nochmal ganz anders einbinden und stark verbessern. Das heißt, dass man wirklich die Möglichkeit hat, nicht nur seine Handschrift zu durchsuchen, sondern die eben auch, sagen wir mal, anders darzustellen. Das heißt, nicht zwangsläufig ersetzen, sondern vielleicht, wenn man irgendwie seine eigene Handschrift nicht mehr lesen kann, könnte man einfach hergehen und sagen, ich klicke da mal kurz drauf und dann sagt mir GoodNotes einfach, was hast du denn da damals geschrieben? Sodass es einfach immer eindeutig ist. Was da auch ein bisschen dazugehört, ist so eine Sache wie die Aufnahme von Audio-Informationen. Also, dass man beispielsweise auch diese Informationsvollständigkeit hat von der Sitzung oder von einem Meeting, von einer Vorlesung in der Uni, dass man einfach nicht alles aufschreiben muss, sondern das GoodNotes für einen selber auch aufpasst. Ja, du hast schon ganz viele genannt. Also ich glaube, wenn ich noch so ein bisschen nochmal auf die Fragen auch nochmal, ein, zwei sind noch da, glaube ich, die da ganz gut reinpassen, ist einmal das Thema, dass man auch mehrere Dateien importieren kann. War häufig gefragt. Ist sowas, ja, bei euch auch im Fokus? Gehört das mit zu den Themen, wo du sagst, das ist schon ein Feature, was vielleicht kurzfristig eher zu sehen ist als mittel- oder langfristig? Sagen wir mal so, es ist schon möglich. Das ist auch eine Limitation von dieser, von der Dateien-App. Okay. Die in diesem, in diesem Interface, was wir oder was andere Entwickler integrieren können, gibt es eben nicht die Möglichkeit, mehrere Dateien auszuwählen, sondern man kann auch per Drag & Drop, kann man sich ganz viele Dateien rausziehen. Das heißt, man fasst sozusagen eine Datei an, fängt an, die mit dieser Drag & Drop Geste in eine Richtung zu bewegen und dann kann man mit seinen anderen Fingern andere Dateien, die man importieren möchte, anklicken und die werden in so einem Stapel zusammengefasst und solange man sich daran festhält, mehr oder weniger, kann man mit der anderen Hand alles machen. Das heißt, ich kann dann auch auf Cancel oder Abbrechen klicken und bin dann eben wieder in meiner GoodNotes-Bibliothek drin und lasse dann einfach die Dokumente dort fallen und dann werden sie importiert. Damit kann ich auch mehrere Dateien gleichzeitig importieren. Okay. Der Vorteil davon ist, dass man damit auch beispielsweise zwei, drei Sachen aus der Dropbox holt, ein paar andere aus iCloud Drive, ein paar andere aus Google Drive und so in einem Rutsch im Prinzip alles, was man importieren will, in GoodNotes importiert und nicht immer hin und her gehen muss. Was mich am Anfang, ich war sehr unsicher, aber ich nutze die Funktion zugegebenermaßen relativ selten. Ich weiß nicht, ob ich sie nutzen würde, wenn sie in Anführungszeichen besser funktionieren würde. Es ist sicherlich mit meiner, ich sag jetzt mal, Schrift begründet, ist das Thema, die handschriftliche Notizen in maschinelle Text umzuwandeln. Das funktioniert, zumindest ist es so meine Erfahrung, wenn ich, ich sag mal, kurze Sätze habe oder so Bullet Points mir aufschreibe, funktioniert das sehr, sehr gut. Bei längeren Sätzen, wenn ich dann auch längere, ich sag mal, Abschnitte umwandeln lasse, weil ich sie zum Beispiel in ein CRM-System integrieren will, wenn es im Meeting ist oder ich will es als E-Mail weiterleiten, also so eine Grundfunktion, wenn ich sage, ich möchte nicht meine handschriftlichen Notizen einem Kollegen oder einem Mitarbeiter weiterschicken, sondern mach das dann maschinell, pack das in die E-Mail und schicke es weg. Das funktioniert zumindest subjektiv bei meiner, ich sag mal, nicht schönen Handschrift nicht ganz so gut. Wie schwierig ist das Ganze, die verschiedenen Handschriften wirklich zu erkennen, auch der eine hat eine schöne, der andere nicht so schöne Handschrift und wie intensiv arbeitet ihr daran, ist das für euch ein wichtiges Feature, also kriegt ihr da viel Rückläufe oder auch Feedback zu, dass das ein Feature ist, was durchaus, ich sag jetzt mal, auch gern und vielleicht sogar zukünftig auch häufiger genutzt wird, wenn es noch besser funktionieren würde und ist oder seid ihr da noch an Grenzen, was so das Thema Erkennbarkeit angeht? Also grundsätzlich muss man sich das so vorstellen, dass auch eine Maschine die Handschriften nicht wirklich besser lesen kann als ein Mensch, weil im Grunde geht auch so eine Maschine genau ähnlich daran, um das zu lernen, die liest ganz, ganz viele Handschriften und versucht es zu übersetzen und irgendwann weiß die halt, okay, so sieht ein A aus oder so schreibt jeder dritte Menschen B oder so sieht es aus, wenn ein E und ein L verbunden sind. So lernen wir ja im Prinzip als Menschen auch. Wir lernen ja auch anderer Leute Handschriften zu lesen und umso häufiger wir sie lesen, umso besser können wir sie auch entziffern. Wenn wir jetzt eine neue Handschrift lesen, die wir noch nicht gelesen haben als Mensch, fällt uns das ja auch manchmal schwer. Das heißt, so als Faustformel kann irgendwie ein dritter relativ einfach deine eigene Handschrift lesen. Ja, dann wirst du mit höherer Wahrscheinlichkeit auch ein gutes Resultat bei der Handschrifterkennung in GoodNotes haben. Hat ein anderer damit Probleme, wird wahrscheinlich auch die Maschine so ein bisschen Probleme damit haben. Dennoch, um deine Frage zu beantworten, es ist für uns ein ganz, also Handschrifterkennung als solches ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Trend, weil das auch natürlich ein Türöffner für dieses neue Medium digitales Papier ist, an dem wir arbeiten. Ja, weil du kannst es ja vorstellen, wenn man, oder mein Vater hat so ein bisschen mir mal so diese Story erzählt. Der arbeitet für die Stadtverwaltung und hat häufig irgendwie mit Dokumenten, die von einem Kollegen oder sowas ausgefüllt wurden, zu tun. So, dann kriegt er eben von dem Office-Postboten, sage ich mal, kriegt er da eben so eine Mappe geschickt, wo der Vertrag ist, den ein Kollege irgendwie ausgefüllt hat. Dann guckt er sich das an und kann irgendwie ein Wort nicht lesen, muss es aber lesen. So, was macht mein Vater? Steht auf, geht drei Treppen nach oben und klopft am Büro vom Kollegen nach, der ist nicht da, macht Kaffeepause, macht was auch immer. Mein Vater kann seine Arbeit nicht erledigen. Wie kann man das Problem lösen? Handschrifterkennung, ganz einfach. Das heißt, wenn mein Vater jetzt einfach hergehen würde und könnte mit einem Klick entziffern, was sein Kollege da geschrieben hat, wäre doch geil, da wäre jedem geholfen und das würde auch diese ganze Produktivität nicht nur öffentliche Verwaltung, sondern allgemein, sagen wir, in Krankenhäusern. Ja, Ärzte, was haben Ärzte für eine furchtbare Handschrift teilweise, dass die Krankenschwestern oder Pfleger das nicht lesen können. Also das ist ein Trend. Das ist natürlich ein Trend und an dem wir auch dran sind. Gibt es denn auch die Möglichkeit, also ich stelle es mir ganz einfach vor, dass im Grunde genommen, es gibt ja verschiedene lernende Systeme, dass man einfach sagt, wenn bestimmte Buchstaben nicht erkannt werden, weil die schon relativ gleich immer aussehen, dass man dem System einfach, ich sag mal, Input-Informationen gibt, damit das System, ich sag mal, im Laufe der Zeit immer besser wird. Ist das zu weit gedacht oder wie sieht das aus? Nee, das ist ganz genau der richtige Gedanke im Grunde. So würde Machine Learning ja funktionieren. Problematisch ist das nur, dass dafür eine extrem hohe Rechnerleistung aufgewendet werden muss, die nicht auf dem Gerät funktioniert. Das heißt, die muss extern gemacht werden. Die muss dann extern und das ist dann wieder ein Problem. Das heißt, entweder müsstest du irgendwie die Sachen in der Cloud hochladen, das heißt, man bräuchte immer Internetverbindung, was dann aber so ein bisschen die Performance einfach einschränken würde oder du müsstest dir auch so einen Supercomputer irgendwo in dein Wohnzimmer stellen, was aber natürlich ein bisschen teurer, teurere Angelegenheit ist. Ja, absolut. Das heißt, da müssen wir einfach ein bisschen geduldig sein, bis da die Handschrifterkennung auf einem Status ist und einfach genug gelernt hat schon. Was könnt ihr machen, das vielleicht so als letzte Frage, wurde auch sehr häufig genannt, auch so ein bisschen der Blick vielleicht in die Zukunft. Ich weiß, dass viele, auch Nutzer von uns, viel mit größeren Fotodaten arbeiten und die in GoodNotes einspielen und dann als PDF exportieren und dann das Problem haben, dass sie dann für den reinen E-Mail-Versand meistens viel zu groß sind. Gibt es da oder arbeitet ihr da an Möglichkeiten, wie ihr diese PDF-Datei oder insgesamt eure Notiz vielleicht so komprimiert, dass sie von der Qualität her noch immer so ist, dass sie, wenn ich sie in eine PDF-Datei wandle, noch wirklich, ich sage mal, augenscheinlich gut aussieht, aber vom Datenvolumen um ein Vielfaches reduziert ist? Das ist ein Problem, was uns bekannt ist. Oder ist das illusorisch? Es ist nicht illusorisch. Das ist ein Problem, was uns bekannt ist. Allerdings haben wir dafür jetzt noch nichts Genaues auf der Agenda. Also wir wissen, dass das problematisch ist und wir wissen auch nach wie vor, dass E-Mail-Verkehr natürlich immer noch ein sehr, sehr wichtiger Weg ist, um eben PDF-Dateien zu verschicken und gerade eben auch aus GoodNotes. Eventuell haben wir da eine Lösung in petto, die eventuell noch eleganter ist. Kann ich aber jetzt noch nicht zu viel sagen. Okay. Trotzdem ist es natürlich etwas, was uns umtreibt, dass Leute auch mit Dokumenten oder die versenden und an anderen Leuten zur Verfügung stellen wollen. Und da kann man, da ist E-Mail vielleicht nicht die einzige Lösung, sagen wir mal dazu. Ja. Vielleicht eine letzte Frage, die mir gerade noch, die auch sehr häufig kam. Und zwar das Thema, wenn du Dritt-Apps verwendest. Ich habe es eben mal gesagt, ich nutze oder habe mir dabei geholfen oder auch archiviere grundsätzlich auch meine Notizen und viele davon in Evernote. Das ist jetzt aus meiner Sicht nicht optimal. Ich habe immer einen Zwischenordner in der Dropbox, einen Transferordner, wo ich dann im Grunde genommen von GoodNotes das dann entsprechend in das richtige Notizbuch in Evernote mir importiert habe. Gibt es da Lösungen oder arbeitet ihr da in Lösungen, wie man diesen, ich sage mal, diese Connection, diese Synchronisation vielleicht auch zu Dritt-Apps noch verbessern kann? Also da haben wir momentan eigentlich keine Pläne für. Das steht nicht auf der Agenda. Was natürlich möglich ist, das ist aber wahrscheinlich ein bisschen komplexer, da verlassen wir uns ein bisschen, sage ich mal, auf Apple. Also die haben ja diese Workflow-App gekauft und eben auch dann mit Siri-Shortcuts beziehungsweise mit der Shortcuts-Standalone-App. Einfach eine Möglichkeit gegeben, Apps ein bisschen zu verlinken, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Und GoodNotes funktioniert mit der Shortcuts-App, ist auch offen dafür und wir arbeiten auch an Möglichkeiten, Dateien aus GoodNotes ein bisschen verfügbarer zu machen. Das heißt, da wird es eventuell Möglichkeiten geben, aber wir werden jetzt nicht und wir haben nicht vorspezifisch für die, sagen wir mal, Evernote oder irgendeine andere Drittentwickler-App jetzt eine Brücke zu bauen, zumal das dann immer einfach dann auch auf eine App limitiert ist, sondern wir wollen eigentlich eher Lösungen haben, die deutlich flexibler sind. Okay. Gabel, ich danke dir sehr mal für den Einblick mal. Ich glaube, das war mal sehr, sehr spannend und interessant, einfach mal zu hören, wie ihr tickt, wer eigentlich hinter dem Unternehmen auch steckt und gleichzeitig auch, glaube ich, sehr menschlich und authentisch auch das Ganze rübergebracht und ich glaube, jeder weiß, der mit Software zu tun hat, ich spreche aus Erfahrung, wir selbst haben ja auch eine SaaS-Company, der weiß, dass da immer wieder auch unvorhersehbare Dinge kommen, die vielleicht in einem ersten Testing funktioniert haben und dann, wenn es scharf geschaltet und hochgeladen wird, dann auf einmal doch irgendwie fehlerhaft ist. Also von daher, glaube ich, muss man da sicherlich das ein oder andere da vielleicht nicht ganz so kritisch sehen, wenngleich man natürlich sagen muss, wenn es im Alltag nicht nutzbar ist oder wäre, dann ist es halt schwierig, weil man ist natürlich darauf angewiesen, in Anführungszeichen. Klar kann man natürlich zu einem Wettbewerber gehen, aber ich glaube, wenn man da jahrelang mit gearbeitet, da zufrieden war, dann ist man da auch sehr loyal, der App entsprechend in dem Fall euch dann zugewandt. Also von daher, danke für deine Zeit und wir sind gespannt, was denn da so kommt. Ja, danke auch nochmal für die Einladung, hat mir Spaß gemacht und das ist auch eine Sache, die ich nochmal kurz abschließend sagen wollte. Wir sind natürlich auch super dankbar für die Loyalität und das Verständnis, was uns von ganz, ganz vielen Leuten entgegengebracht wird und es wird sich auf jeden Fall lohnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.